Drei Dinge, die in unserer Beziehung selbstverständlich sind. Punkt 1, wir gehen nicht getrennt feiern. Das hat nichts mit Vertrauensproblemen zu tun, sondern ich möchte meinen Partner einfach bei jeder Party dabei haben. Warum sollte es nicht am meisten Spaß machen, mit der Partnerin oder Partner feiern zu gehen? Punkt 2, wir fahren auf keinen Fall getrennt in den Urlaub. Wir bringen gerne die Zeit zusammen, natürlich auch die Urlaubszeit, von daher geht es für uns immer zusammen in den Urlaub. Wir wollen gemeinsam die Welt entdecken, wir wollen gemeinsam Spaß haben, wir wollen gemeinsam Dinge erleben. Und warum sollte ich dann mit Freundinnen das lieber wollen als mit meinem Partner? Verstehen wir nicht. Punkt 3, das Handy des Partners ist kein Tabu. Wir vertrauen uns blind, unsere Handys liegen offen, jeder von uns kann ins andere Handy gucken, ohne Angst haben zu müssen, dass er da irgendwas komisches entdeckt. Von daher kann das Handy immer liegen, überall und jeder kann dran gehen, so wie er möchte und das ist unsere kleine Abmachung, Regel, nennt es wie er wollt. Schreibt es für euch irgendwie anders, Freunde? Schreibt es in die Kommentare.